stadt trupp und wird rekt auf bald jungen gezeugt ist ja ja mit dem da wird 5 wir gehen die zb und mit dem lieben die und X ich nehme nichts um können wir bedenken lassen sie muss bauen nämlich auch um scheiße dass wir wieder so ein rennen geht auch ist ja nicht so schlimm die punkten kann ich meinen job aufmachen das tier ist auch damit kannst du mir meinen job aufmachen ja ich kann mich meinen job aufmachen bitte so eine platte hab ich schon gesetzt Ich kann es nicht mehr aufhören. Du hast mich verletzt! Mann! abjus sagte doch richtig wo hast du fürs geholt ja hier unten am job natürlich hierbei da ist ich verreckt ist hinter dir schon mal bei mir also da Hilfe! Hilfe! Jan links hier 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 du kannst den von unten holen John, du kannst den von unten holen ja muss mir nicht 30 mal sagen hab ihn nein da war noch eine scheiße da waren gerade zwei Leute aufeinander nein Leon bleibt wahrscheinlich bin ich jetzt wieder alleine ja ja wahrscheinlich ich kann die ansagen wo die kommen mach bitte oder auch nicht weiß ich schon die ganze kämpfe ja da kommt rechts ja 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 guck links guck links guck die lebt noch ja ist egal ist doch egal boah alles so gut mach jetzt einfach keinen scheiß guck der kommt rechts 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 jetzt guck der links bleib einfach guck einfach auf die geradeaus für du hörst ja wenn er also bin er kommt von rechts er muss von rechts kommen in die rechte Tür in die rechte Tür ab aim ab aim ab digger 5 second left ja er kommt von der Seite der kommt der kommt so scheiße nein nicht wie viel er geschluckt hat noch für richtig auf nein nein egal nein nicht pieken dürfen oh wo bin ich jetzt das ich nehme es ich 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 auch nicht ich 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 sagte eben die türen und der andere sagt nicht piken und das war wohl besser nicht piken oder abhängen natürlich piken war nicht so gut so einigen kennen habe ich schon mal ja ich bin so leid trinkst du jetzt was eine andere fischigkeit zu dir nehmen also pult der enden so ab ab ok vorsicht vorsicht hinter dir hinter den angebersystem kommt jemand hier hin die mich hin der pult ist da ja ich weiß neun nein 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 sie würden mich hilf mir sie würden mich schießt durch pc ach du scheiße junge ja sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön leute das packt ihr jetzt als wir das jetzt ja sehr schön sehr schön ja wie ich dann reingeht geil ich hab da hin abgepackt aber ich habe ja nur noch mit ich 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 erinnere dich noch an hier an das kürzer war das geil was haben wir das körper naja der vorherfall geschossen ich bin verrägern einfach bei wem dabei hoch wollen kann ich finde irgendwie ähm die ita 12 es ist richtig behämmert noch eine bibliothek nein bist du behämmert also hast du noch alle ich habe nicht die bibliothek genommen ja ich muss dann machen die bibliothek ist klasse habe ich zwar nicht genommen ich habe launch genommen aber die bibliothek kann man trotzdem gut spielen ist klar was habe ich nicht gewählt ich habe glaube ich muss nicht so gut und wieder drop-up machen ich würde das war am besten wenn ich da stehe jetzt kannst du da er juli er ist aus dem schilder und zu viel er schilder ist scheiße hat er kommt genau wegen das exklusiv ist ich habe wirklich keinen bock auf mein den linksort sind mir hat doch ähh ja habe ich ja kennenzulernen auf jeden Fall mir hat doch als secondary was du schauen was ich hab gehört boom jetzt haben wir zwei leute ich habe scheiße ich habe mich das ich habe achtung fensters offen der wegs hat mich gesehen dass ich nach unten gegangen bin fjus in der frost märz keine ahnung wo lol habe ich verletzt habe ich verletzt ja keine ahnung nie diese runden die leben noch ich glaube noch unten nicht pushen ich glaube smoke hat sie dann muss man sie haben ich wollte sie kennen ja okay für kürze nach 2 gegen 3 ist praktisch genau unter die es hier david genau unter die ja wenn ich mich markiert kann ich auch nicht runter springen jolo geh weg geh weg ja ich habe nur geschützt dann sei das ruhig komplett ich bin dort links 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 rechts rechts links links auf 1 lau ist in den reichen der europäischen 2 das schulbemper vor also sehr schön gespielt wird es ja schon sich ich habe mir abkürzung ich meines Erachtens hier ist er soll sie gerne als erster sich dann nehmen wir doch ich nehme auch blick wir haben eine schnelle Waffe mit mit hoch woher Feuerraten er ist 860 mit Schatten es sind die 11 doch nicht mehr aber kann jedoch mit dazu gehen sie die war schocken soll okay war unnormal ich hoffe sie müssen gescheitert und in diesem unten leitungen bei der Zwitschrift es ist mehr wertvolle werke ich selber aus der Führersmerz der Fels mann einer jubiläu für alle die käme da 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 nein 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 kriegst nicht ich dachte wer ist dabei sie der wärmer mir auch so ein bus noch mal käme da und holt es hier ich höre ich noch mal ein muss gar nicht dass die tippe hier zu haben ein aufpassen das kürzten ja sie Können wir überhaupt drauf gehen? apos nein ach unten ist wirklich scheiße nicht und ist auch welkrieg ist die einzige die noch im unteren der stockwirk ist dann kann man da reingehen jolo gehen mal da rein wir haben die drohen erst mal okay er sei nicht viel das kiel ja auch in der unteren der unteren raumsfrei ich habe unten kommt er und weg wie er macht schnell macht schnell wahrscheinlich jolo geh rein aber die kommt von rechts das weiste er von da von hier ja aber raum unten ist hier unteren raum leg dich hin leg dich hin leg dich hin das wird ein knappes match da ist sie doch nein nein ich rede mit blackbeard über das mit blackbeard richtig knapp also ja ich habe die auch erst gesehen hier hinten vorsichtig lol wieso kannst du nicht sicher und da ist der raum zu klären ja in der treppe 100 pro 100 recht von jolo recht von jolo nein die wirkliche tut ich sag dir in der treppe ist einer wetten hier ist einer ja ich habe nur noch schlöpferd ja scheiße sorry aber ich hatte nur ein Kein Stress, Alter, du hast Zeit. Ja, lass es um. Er kommt Treppen runter, er kommt Treppen runter. Yes, Baby. Sauber, man. Sauber, rasiert, Alter. Sehr schön. Schön. Leute, was soll ich, äh, Leute, was soll ich Rook oder Kapkan? Ich finde, also welche Animation finde ich so Rook? Ich finde, Kapkan besser. Ja, Rook haben sie noch nie gesehen, glaube ich, oder? Ja, der macht schlägt mich einfach nur auf der Prost der Kacken. Ja, nehmen wir Kapkan. Er kann bitte, äh, Miro nehmen. Bitte, Miro, 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 Miro. Wohin? Äh, wo der Lager. Boah, ich lieb das mit Schitz. Ist eigentlich Kapkan, siehst du? Was? Ja. Äh, lol, ich hab das Gefühl, Kapkan ist viel schneller geworden, Alter. Okay, die kommen eh fast alle über den Trocken, ne, also. Ich hab sie jetzt gleich Rüstung. Sieh mir das so. Ich sag mir wohl, mir hat Dinger hinfallen. Nein, warte, nimm das. Der Typ soll das nochmal abkommen. Aber eine Cam. Du musst kommen, ein Prost und viele Kämpfe. Ja, platziert noch auf beiden, Mann. Was macht der denn jetzt? Was, was macht der Jäger? Wo soll ich jetzt nie gerade den Jäger hinhauen? Äh, mach einmal hier, guck mal, guck mal. Jäger ist nicht zu mir. Ja, den Jäger ist nicht zu mir. Kniechen und wach hier ein hin. Und dann auch noch hier ein hin. Und dann auch noch hier ein hin. Hau hier noch einen hin. Aber knie dich hin, knie dich hin. Kapkan, kannst hier noch eine Falle hin machen? Ja, mach ich. Danke. Hast du voll aufgemacht oder war nicht die Gegend? Ja, ja, weiß. Damit sie nur noch durchspringen, weißt du, dann sind sie die Kapkupfer ja nicht so gut. Ja, passt. Alter. Junge, ich will jetzt bleiben. Ja, deine Kapkupfone kommt jemand nicht. Ja, bitte lass, nein, Junge, das mein Kill. Fick, 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 fick. Ich habe ein Talett. Höhöh. Wurste. Ach, ich will jetzt so bleiben. Wo sind die denn? David, du, 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 ich mein. Mein Kill, ich will jetzt so. Wo ist der denn? Ich weiß nicht, ey. Wurschen. Du, 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 du. Junge, wer ist hinter mir hier? Ich hab' fast verschossen, Alter. Warte, 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 warte. Ach, du. Oh, man, so Pizza. Junge, hat mir schon Kill geklaut, einfach. Hä? Ein Wunder. Ja, ich bin hier. Ja, da war ich so kill kein, weil ich wollte den Kinder auch. Warum hab ich dick gekillt? Danke, ehrlich. Kein Wunder, weil ich die Zukunft freitag nicht erreicht. Einfach 15.4. Leute, da würde ich mal sagen. Ja, ey, 9 zu 2. Leute, die würde ich mal sagen. Dann würde ich mal sagen, danke für's Zuschauer. Bis zum nächsten Mal, euer Johnny. Peace out. Danke vielmal, dass wir jetzt schon soweit mit der Abonnenten sehen, das mit den 98 Abonnenten. wir sind noch zwei Abonnenten zu nennen sonst würde ich mich sehr freuen wir sagen haut rein bis zum nächsten Mal euer Tony Peace out